Heute wird es mal wieder Zeit für eine neue Folge, ich teste Minecraft-Mythen. In diesem Video versuche ich die interessantesten Fragen rund um Minecraft zu beantworten. Heute teste ich also unter anderem, was passiert, wenn man ein Raid im End startet, ob der L.A. ein Totem benutzen kann und was passiert, wenn man ein Endportal mit Bedrock in der Mitte aktiviert. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst gerne jetzt schon mal ein Like und ein Abo da und schreibt mir auch gerne weitere Mythen, die ich mal testen soll, in die Kommentare. Jetzt aber ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht mehr lang rum und starten direkt mit dem ersten Mythos. Ich habe jetzt hier ein Dorfbewohner-Zombie mit einer Full-Netheroid-Rüstung und dazu noch einer Dia-Axt in der Hand und ich frage mich, was passiert, wenn ich den jetzt einfach zu einem normalen Villager heile? Verschwindet dann die Rüstung einfach oder droppt sie auf den Boden? Oder hat sie am Ende vielleicht sogar der Villager an? Ich werfe ihn mit der Weakness-Potion ab, gebe ihm einen goldenen Apfel. Ihr merkt schon, der fängt wirklich an zu zittern. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir um die 5 Minuten warten und schauen, was passiert. In der Zwischenzeit können wir eigentlich direkt weitermachen mit dem nächsten Experiment. Und zwar möchte ich unbedingt wissen, was passiert, wenn über einem Baby-Villager ein Block ist. Wird er dann überhaupt erwachsen und wenn er erwachsen wird, was passiert dann? Erstickt er in diesem Block oder schafft er es irgendwie sich rauszuglitschen? Tja, diese Frage braucht genau wie die andere Frage etwas Zeit. Und in der Zwischenzeit machen wir schon mal weiter mit dem nächsten Mythos. Und zwar möchte ich unbedingt wissen, was passiert, wenn ich ein Sapling zum Wachsen bekomme, während über ihm ein ganzer Block ist. Und zwar in diesem Fall entweder Bedrock, Obsidian oder Endportalrahmen. Fangen wir mal an mit dem Endportalrahmen. Und ihr seht schon, das scheint einfach nicht zu funktionieren. Bei Obsidian ist es dasselbe, auch da passiert einfach gar nichts. Und auch bei Bedrock kann man diesen Sapling nicht zu einem ganzen Baum machen. Schade, aber das hat damit leider nicht funktioniert. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Mythos. Und dafür habe ich hier richtig viele Villager gespawnt. Und zwar möchte ich wissen, durch wie viele Villager ein Piercing-4-Crossbow durchschießen kann. Denn wie ihr wisst, das Besondere an diesem Crossbow ist, dass er einfach durch verschiedene Mobs durchgeht. Okay Freunde, wir machen gleich weiter mit dieser Aufgabe. Aber ihr seht links unten, ich habe ein Achievement bekommen. Und das bedeutet, unser Zombie-Dorfbewohner wurde einfach geheilt. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was mit der Rüstung passiert. Und Freunde, guckt euch das mal an. Die Rüstung liegt nicht auf dem Boden. Es kann allerdings natürlich auch sein, dass der Villager die Rüstung einfach behalten hat. Und er deswegen einfach mehr Schaden aushält. Die Rüstung aber nicht angezeigt wird. Ein normaler Villager braucht mit einem normalen Netherite-Schwert insgesamt drei Schläge, um zu sterben. Okay, das merken wir uns. Wie sieht es jetzt mit diesem Villager aus? Eins, zwei, drei und er ist wieder tot. Gut, okay, also das ist wirklich interessant, aber die Rüstung scheint sich dann einfach wegzubaggen. Machen wir jetzt aber weiter mit dem Durchschussexperiment. Ich spanne den Crossbow, stelle mich vor diese Villager. Jetzt schieße ich mit ihm und jetzt bin ich wirklich gespannt. Okay, also die Villager haben es überlebt. Ich glaube, ich muss nochmal schießen. Noch ein Versuch? Okay. Gut, also mit dem zweiten Schuss sind insgesamt vier Villager auf einmal gestorben. Das bedeutet, ein Piercing-4-Crossbow geht insgesamt durch vier verschiedene Villager durch. Für den nächsten Mythos müssen wir ins End. Und zwar möchte ich herausfinden, was passiert, wenn wir hier im End mal ein Raid starten. Dafür setze ich hier einfach mal ein Bett hin. Dann daneben ein Villager. Der fühlt sich dann zu diesem Bett hingezogen. Dann geben wir uns selber den Bad Omen-Effekt. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert und schaut euch das an. Es wird wirklich einfach ein Raid gestartet. Oh, guckt euch das an, Freunde. Von da hinten kommen wirklich Villager. Man kann einfach ein Raid im End starten. Wie ihr alle wisst, haben Enderman ja Angst vor Wasser. Also wenn ich jetzt hier neben dem Enderman mal einen Wassereimer platziere, dann seht ihr schon, portet der sich weg. Was mich jetzt allerdings interessiert ist, was passiert, wenn ein Enderman aus über 24 Blöcken Höhe, also einer Höhe, wo er eigentlich an Fallschaden stirbt, auf einen Wasserblock drauf fällt. Stirbt er dann trotzdem, weil er sich ja irgendwie von dem Wasser weg portet? Deswegen habe ich hier einen Command-Block platziert, der einen Enderman in insgesamt 120 Blöcken Höhe spawnt. Genau über diesem Wasserblock. Und ich probiere das Ganze doch jetzt einfach mal aus. Also ich aktiviere den Command-Block, ihr seht schon. Dort oben fällt ein Enderman genau auf das Wasser drauf und er portet sich einfach, bevor er das Wasser berührt, weg, aber bekommt trotzdem keinen Fallschaden, weil da hinten lebt er einfach noch. Der nächste Mythos ist auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Und zwar hat dieser was mit Eisengolems zu tun. Wie ihr alle wisst, wenn ich ein Eisengolem einfach mal ein bisschen Schaden mache, dann kann ich ihn in der Java-Edition ganz einfach mit Eisenbarren wieder hochheilen. Die Frage, die ich mir jetzt allerdings stelle, ist, was passiert, wenn ich ein Eisengolem im Survival-Modus haue, also dass er aggressiv auf mich wird, und ihn dann hochheile? Ist er dann immer noch sauer auf mich? Das Ganze probieren wir einfach mal aus. Ihr seht, der Bré ist auf jeden Fall sauer auf mich. So, und wenn ich ihn jetzt mit Eisenbarren versuche hochzuheilen, so, das hat funktioniert. Ist er dann immer noch sauer auf mich? Hallo, sind wir nicht Freunde? Okay, sind wir nicht. Das hat sich erledigt. Für den nächsten Mythos sind wir mal wieder im End. Und zwar ist das eine Frage, die eigentlich ziemlich einfach klingt, über die ich mir aber ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht habe. Und zwar, kann ein Sapling eigentlich im End wachsen oder funktioniert das nicht? Ich probiere das Ganze einfach mal mit Bone Meal aus und ihr seht schon, es funktioniert. Man kann ein Baum im End wachsen lassen. Bevor wir mit dem nächsten Rätsel weitermachen, wird es doch mal Zeit, auf unser Villager-Kind zu schauen. Und zwar sind jetzt um die 20 Minuten rum, seitdem ich das Kind gespawnt habe. Und jetzt sollte es eigentlich jeden Moment erwachsen werden. Oh, Freunde, okay, okay, okay. Er ist gewachsen, es hat wirklich länger gedauert als gedacht. Ich habe gerade TikToks geschaut. Aber ihr seht schon, er ist einfach in diesen Holzblock reingewachsen und dann halt einfach erstickt. Machen wir weiter mit einer anderen, sehr, sehr interessanten Frage. Und zwar habe ich hier ein Nether-Portal, was nicht angezündet ist und davor ein Blitz-Ableiter. Und ich frage mich, was passiert, wenn ich jetzt hier durch einen Common-Block es zu einem Gewitter mache und dann hier ein Blitz einschlägt. Weil dann sollte ja eigentlich das Obsidian-Portal angezündet werden. Oh, no way, Freunde. Ich habe gerade es nochmal Gewitter gemacht. Und habt ihr das gerade gesehen? Es hat einfach funktioniert. Das Portal wurde einfach durch einen Blitz angezündet. Wie ultra cool sah das denn aus? Okay, Freunde, für den nächsten Mythos habe ich hier eine fast kaputte Spitzhacke. Die, wie ihr seht, noch genau einen einzigen Block abbauen kann. Dann geht sie kaputt. Auf der habe ich jetzt Man-Ding drauf. Die hat genau dieselbe Haltbarkeit wie die Spitzhacke gerade. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, was passiert, wenn ich mit dieser Spitzhacke einen Erzblock abbaue? Also dadurch, dass sie nur noch eine Haltbarkeit hat, sollte sie eigentlich inseln kaputt gehen. Dadurch, dass sie allerdings auch Man-Ding drauf hat, könnte es auch sein, dass sie sich, bevor sie kaputt geht, selber repariert und man sie dann einfach noch weiter benutzen kann. Ich stelle mich hier oben drauf, baue das Dia-Erz ab und die Spitzhacke geht kaputt. Wir bekommen ein paar Level, aber es hat leider nicht funktioniert, die Spitzhacke zu reparieren. Die nächste Frage habe ich mir ehrlich gesagt schon ein paar Mal gestellt. Und zwar haben wir hier eine Rüstung mit Curse of Vanishing. Das Ding ist nur, was passiert, wenn ich zwar sterbe, allerdings währenddessen ein Totem ausgelöst wird. Verschwindet die Rüstung dann trotzdem oder bleibt sie einfach da, weil ich ja nicht richtig sterbe? Ich stürze mich von einer Klippe mit einem Totem in der Hand und bin gespannt, was passiert. Das Totem wird ausgelöst, aber wie ihr seht, die Rüstung verschwindet nicht und ich habe sie immer noch in mein Inventar. Der nächste Mythos ist ziemlich ähnlich zur Mythos von Grabe. Also auch hier geht es mal wieder um Fallschaden. Ich werde jetzt gleich hier eine Lingering Potion of Slow Falling hinwerfen. Dann kletter ich dort ganz schnell hoch, springe von da oben runter, lande auf dieser Lingering Potion und dann ist meine Frage, ob ich Fallschaden bekomme oder nicht. Also ich werfe hier eine Potion hin, dann fliege ich ganz, ganz, ganz schnell hier hoch, so schnell es geht, stürze mich von oben in diese Potion rein und ihr seht schon, rechts oben, ich habe wirklich den Effekt bekommen, aber es hat leider nicht gereicht dafür, dass ich keinen Fallschaden mehr bekomme. Der nächste Mythos ist eigentlich gar kein Mythos, sondern nur ein sehr, sehr interessanter Fakt. Und zwar habe ich dafür hier zwei Strecken aufgebaut. Die rechte ist 63 Blöcke lang und die linke 64. So, jetzt spawne ich mal auf der rechten, also auf der 63 Blöcke langen Strecke ein Enderman, stelle mich hier hin, schaue nach vorne und dann seht ihr schon, der Bray wird aggressiv und sieht mich und ja, er fühlt sich von mir angegriffen und aus der Entfernung ist es auf jeden Fall möglich, ihn zu triggern. Mache ich dasselbe jetzt allerdings mit einem Enderman, der 64 Blöcke entfernt ist, also schaue ich den mal in die Augen, dann seht ihr schon, er ignoriert das Ganze einfach und sieht mich nicht. Also 64 Blöcke ist die Grenze, ab der ein Enderman nicht mehr sehen können. Macht mit dieser Info, was auch immer ihr wollt. Machen wir jetzt wieder weiter mit einem sehr, sehr interessanten Mythos. Und zwar habe ich hier eine kleine Redstone Konstruktion und wenn ich dort unten den Hebel drücke, wird hier oben ein Piston aktiviert und ein Amboss fällt hier runter auf dieses Bett. Ich werde gleich diesen Hebel hier aktivieren, mich dann in das Bett legen, während dieser Amboss genau auf meinen Kopf fällt. Ja und die Frage, die ich mir stelle, ist, ob ich dann trotzdem Schaden bekomme. Also ich mache es Nacht, aktiviere den Hebel, lege mich schnell ins Bett. Ihr seht, der Amboss fällt auf mich drauf und damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich dachte irgendwie, dass der Amboss einfach zerstört wird, aber scheinbar stirbt man auch, wenn man im Schlaf von einem Amboss getroffen wird. Der nächste Mythos hat mal wieder was mit Tridents zu tun. Und zwar hat der die Verzauberung, dass wenn ich ihn wegwerfe, er nach einer bestimmten Zeit einfach wieder zurückkommt. Was mich allerdings interessiert ist, was passiert, wenn ich ihn wegwerfe und mich dann hinter einer Lava-Wand verstecke. Also ich werfe ihn einfach ganz weit weg in diese Richtung, gehe hier in dieses Lava-Ding und ich bin gespannt, ob er zurückkommt und er kommt wirklich zurück. Obwohl er ja eigentlich, wenn ich ihn in die Lava werfe, ganz einfach verbrennt. Kommen wir jetzt auch schon zum vorletzten Mythos auf dieser Map. Wenn ich hier jetzt mal ein Wandering Trader spawne und den zum Beispiel mit einer Unsichtbarkeits-Potion abwerfe, dann kennt ihr das vermutlich, er trinkt dann Milch und ist wieder sichtbar. Ich frage mich jetzt allerdings, was passiert, wenn ich ihn mit einer Gift-Potion abwerfe. Trinkt er dann auch einfach Milch und der Effekt ist weg, weil das sollte er ja eigentlich können. Also ich werfe ihn ab und ihr merkt schon, er macht einfach nichts. Kommen wir jetzt aber zum Mythos, auf den ihr vermutlich alle schon gewartet habt. Und zwar, was passiert, wenn ich ein Endportal aktiviere, während in der Mitte dazwischen einfach Bedrock ist. Also ich probiere es aus, platziere das letzte Endeauge und jetzt bin ich gespannt, was passiert. Und ihr merkt schon, das Bedrock wird einfach entfernt und das Portal steht ganz normal da, als wäre alles wie immer. Ich habe hier angekündigt noch zwei kleine Specials vorbereitet. Einen seht ihr schon im Hintergrund und der funktioniert nur auf der Bedrock-Edition. Und zwar stelle ich mir die Frage, ob ein Amor-Stand mit einem Schild Pfeile abwehren kann. Ich probiere das Ganze aus, schieße ihn ab und ihr seht schon, der Amor-Stand geht einfach trotzdem kaputt. Für den letzten Mythos für die heutige Folge sind wir nochmal auf dem neuesten Snapshot unterwegs. Und zwar möchte ich unbedingt herausfinden, was passiert, wenn man den kleinen L.A.s ein Totem gibt. Okay, also der L.A. brennt, das seht ihr ja jetzt. Und ihr seht auch, dass das Totem wirklich ausgelöst wird. Jetzt bekommt er auch keinen Schaden mehr, weil er ja dadurch Feuerresistenz hat. Und somit stimmt es wirklich und L.A.s können Totems benutzen. Sehr, sehr cool. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wirklich extrem über ein Like und ein Abo freuen. Und lasst auch gerne einen kleinen Kommentar für den Algorithmus da. Ich konnte jetzt wegen Corona eine Woche nichts hochladen und das ist wirklich überhaupt nicht gut für den Algorithmus. Danke an jeden, der mich auf meiner Reise YouTuber zu werden unterstützt. Ich bin Gustav und ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend.